Wie seht ihr das? Ihr könnt platzen, dass so eine Sch*** überhaupt verkauft wird, ey. Hey Leute, alles zusammen. Willkommen zum heutigen Video. Habt ihr das gehört? Also der blubbert und brummt ein bisschen und den gehen wir auf die Spur. Denn irgendwas stimmt hier nicht. Meine Frau sagte irgendwie, hört er sich so sportlich an und so. Ich sag, sportlich, komisch. 1,4 Liter, 16 Ventile. Müssen wir mal gucken, da ist sportlich was ganz anderes. Und deshalb schauen wir uns das Ganze mal an, was da sein könnte. Und da habe ich schon eine Idee, wie kann man das gucken. Also ich vermute das Problem ganz klar aus der Abgasanlage. Das ist unser schöner, treuer Golf aus dem Baujahr 2009, also 15 Jahre alt. Leute, noch nie eine Werkstatt gesehen, also noch nie eine Volkswagen-Werkstatt gesehen. Und da habe ich immer nur alleine Hand angelegt, extra den kleinsten Motor, kleinste Ausstattung gekauft und so. Aber jetzt ist er halt schon 15 und da muss hin und wieder mal was gemacht werden. Einmal hier, Zündspule war kaputt, die habe ich schon mal neu gemacht. Aber jetzt kommt es, ne, mit dem Alter. Und da wollen wir uns was angucken. Und der brummt und blubbert so ein bisschen. Wie gesagt, ich vermute es aus der Abgasanlage. Da habe ich schon eine Idee, wie wir das prüfen. Und das machen wir jetzt. Wunderbar, Liquid rein. Also, ich habe doch so ein Gerät, um Undichtigkeiten zu prüfen. Und wisst ihr was? Das braucht man ja nicht nur für Saugrohr Undichtigkeiten prüfen, sondern man kann auch die Abgasanlage damit... Also, alle Undichtigkeiten kann man damit einfach prüfen. Und das machen wir jetzt heute. Einfach mal eine Batterie anschließen. Zack. Und los geht's. Und wir gehen unter das Auto und gucken, wo fängt es gleich an zu rauchen. Denn das ist ja, ihr kennt es, eine Dampfmaschine. Ja. Und dann gucken wir mal, wo es rausraucht. Also einmal ein gewagtes Auge unter die Abgasanlage oder unter das Auto. Und ich sehe hier, oh ja, keine Schelle mehr. Ist ja nice. Ist ja super. Die Schelle hört sich einfach auf. Die Schelle hat die Abgasanlagengruppe verlassen. Super. Die nix hier nichts mehr. Die können wir hier so abnehmen. Schaut euch das an. Die wäre auf der Straße gelandet. Und dann wäre, ja, in irgendeinen Reifen. Aber die hält. Das ist so vergammelt. Das hält. Naja, nach 15 Jahren geht das. Dann schauen wir mal weiter. Also ich sehe hier keine Undichtigkeiten. Hier sehe ich auch keine Undichtigkeiten. Soweit alles in Ordnung. Die Undichtigkeit scheint so klein zu sein, dass der geringe Druck von dieser Maschine nicht ausreicht. Deshalb gehe ich hier einfach mal mit einer Luftpistole, mit Handtuch stopfen. Und wir drücken jetzt erstmal Druckluft rein und gucken vorne. Hier war nichts zu sehen, oder? Das ist ja schlecht. Deshalb müssen wir uns das einmal so anschauen. Wir sehen hier, das habe ich nämlich schon vorher gesehen. Und dann seht ihr das? Und das Flexrohr. Das ist hier einfach schon kaputt abgetrennt. Ich habe es schon ein paar Mal in meinen Videos gemacht. Und zwar abgeflex, angeschweißt. Was ein Aufwand. Leute, ich habe da was Cooles mitgebracht. Und das spart Zeit, Geld und alles. Dieses Video natürlich, das dauert ein bisschen länger, weil Kompressor und Nebelmaschine und sowas. Aber das hier, wenn man das sieht, wenn das Auto läuft und dann hält man hier die Hand fest, dann merkt man so, dass er hier brummt. Abgasanlage halt. Und bei diesen Motoren, bei diesen Autos, typisch Flexrohr kaputt. Das machen wir eben neu. Das erste, was wir machen, ist natürlich hier alles gut einsprühen. Denn das sind die Schrauben, die ab müssen. Gut, dass ich hier vorne angefangen habe. Ich muss jetzt nämlich da drunter weg. Und die hier auch noch einsprühen. Oh Gott, ey. Ich hoffe, ich kriege das ab, ohne die Bolzen abzureißen. Das sieht echt nicht gut aus. Ja, sind wir mal gespannt hier. Ich habe jetzt schon mal eine 13er. Ich glaube, das ist sogar 12. Ey. Locker. Geht so ab. Unglaublich. Gibt es ja gar nicht. So verrostet und geht so locker raus. Das ist ja toll. So, und das hier sind 13er. So, sehr schön. Das ist nämlich die Auspuffhalterung. Die wird gleich ein bisschen schwierig sein abzumachen. Äh, ja, ich weiß nicht. Ja, doch, komm. Wir machen das mal ab. Aber manchmal gehen die einfacher raus, wenn der noch fest ist und man dann an der Abgasanlage so ein bisschen rumzehrt. Aber da bin ich mir gerade nicht sicher. Ist egal. Ich hole den einfach komplett erstmal raus. Wenn ich den rauskriege. Ich bin mal gespannt. So, das sind die Schrauben hier vorne. Ich schraube die raus. Und dann gehen wir gleich hier hinten. Und dann gehen wir gleich nach vorne und machen die auch ab. So, und der Auspuff ist schon mal ab. Die Dichtung ist schon mal raus. Und dann können wir jetzt vorne weitermachen. So, die hier mal gucken. Ja, geht doch. Super. Klasse. Alles ab. Jetzt sind noch die beiden hier. Das sind so 10er-Vielzahn und dann ist der Auspuff auspufflose. So. Ah, Dichtung. Achtung, Dichtung. Ah, Leute. Ah. Abgasrohr könnt ihr so abziehen. Super, oder? Also komplett getrennt. Ja, aber jetzt können wir den hier irgendwie raus machen. Der geht leider nicht um die Gelenke. Wir müssen den wirklich hier nach vorne rausziehen. Bedeutet, wie ich schon vorhin sagte, dieses Gummi hier, diese Auspuffhalterung, der muss hier. Ah, das ist schwierig. Rausgezogen werden, da muss das Teil hier nach vorne irgendwie. Aber, ach, guck mal, geht doch. Aber das neue Rohr, das geht nur hier so durch. Naja, auf jeden Fall haben wir hier den. Und diese Halterung, die muss jetzt ab. Und das machen wir so hier. Abstützen und das muss man schön gerade runterziehen. Achtung. Der kann schnell brechen. Das ist nämlich Kunststoff. Genau das gleiche mit dem. Zack. Und raus ist er. Fertig. So, ganz wichtig. Diesen Halter nicht im Vorfeld drauf machen. Also den müsst ihr erstmal so einführen. Unter den Aggregateträger, unter den Axträger. Boah, das ist vielleicht hier geschweißt, ne? Ja gut, ich hätte es nicht besser gemacht. Deshalb sollte ich nicht klagen. Darunter führen und dann erst befestigen. So, mit der Seite. Ich glaube, ich hoffe, das passt, oder? So, ne, das geht so. So. Da drunter. Jo, wow. Das passt. Aber. Passt das im Laube. Oh Mann. Wisst ihr was? Das sieht mir so aus. Die Passgenauigkeit. Also Leute. Und das schauen wir uns gerade nochmal an. Die Folgen, das habe ich festgestellt. Schaut mal. Wo der Knick hier losgeht. Na ja, komm, wir können mal so optimistisch sein, wo der Knick hier losgeht. Und wo der hier endet, ne? Das ist ja, das ist schon so ein Unterschied, ne? Das ist hier. Hier ist der Knick, der bei dem Rohr anfängt. Und der geht jetzt mal ein Stückchen weiter los. Und auch hier. Hier haben wir vielleicht, was ist das hier? 8 cm gerade Fläche. Während wir hier locker 10, 12 cm gerade Fläche haben. Ist ja unfassbar, oder? Schaut euch das an. Und das ist ja jetzt nicht irgendwie irgendein Billigzeug gekauft. Beziehungsweise günstig, ja. Günstiger als Originalersatz. Aber kein Billigkram oder so. Ich bin echt schockiert, ne? Ich mache jetzt eins. Das mache ich auch so als Test für uns. Ich baue das ein. Und wenn es klappert, dann gebe ich euch Bescheid. Und dann machen wir mal eine Reklamation, wenn es klappern sollte. Aber erstmal baue ich das Ding in ein. So, und dann wollen wir mal gucken. Also, ich bin echt empört, dass ich hier Markenware kaufe. Und dann sowas. Das ist ja nicht normal. Aber dann werden wir sehen, was das geben wird. Meine Güte. Ich bin so einmal enttäuscht und, äh, naja. Wisst ihr was? Ich ziehe das Ganze mal fest, ne? Hier und da und alles. Und dann schauen wir uns gleich die Passgenauigkeit mal an. Ach ja, Leute. Ich will gar nicht erst versuchen, weiterzumachen. Ich habe jetzt das Ding einfach mal angesetzt. Ich zeige euch mal was. Also, wir sitzen hier am Aggregateträger. Der berührt den. Während wir hier ja schon fast gut sitzen. Also, kriegen wir ja nicht mal richtig drauf. Weil er ja hier schon berührt. Richtig, richtig schäbig. Dann, okay, den habe ich noch nicht angesetzt gekriegt, weil das klappt einfach nicht. Die kriegt er nicht rein. Hier haben wir genug Platz. Aber es haut einfach nicht hin. Hier wird es platztechnisch nicht gehen. Aber hier vorne, hier vorne, könnt ihr das komplett vergessen. Also, das haut einfach nicht hin. Der Knick ist einfach nicht richtig gebogen. Also, ab. Zurück. Die Schachtel. Den Schrott passt ja gar nicht. Und dann wieder zurück. Ich bin echt gespannt, wie der Lieferant sich anstellen wird. Wir machen das Video weiter, wenn ich neue Ersatzteile habe. Und dann gucken wir mal, wie das funktionieren wird. Boah, das ärgert mich so, ne? Jetzt habe ich das Ding auseinandergenommen. Und dachte, komm, steckst du so zusammen, wie es vorher war. Und dann fährst du nach Hause und machst das bei Gelegenheit. Jetzt kommt ein zusätzlicher Aufwand zu dem, was ich schon gemacht habe. Nicht nur dieses Ausbauen, Einbauen und so ein Zeugs. Sondern, hört euch das mal an. Ich muss das jetzt hier anschweißen. Guckt mal. Das geht euch kein Kopf rein, ey. So kann ich meine Frau nicht fahren lassen. Ich könnte platzen, dass so eine Sch*** überhaupt verkauft wird, ey. Jetzt habe ich diesen Aufwand. So, Leute. Neuer Auspuff ist da. Ich bin immer noch mächtig verärgert. Aber es gibt was Schönes. Ich habe auch eine Nachricht gekriegt. Ich warte, ich muss sie euch unbedingt vorlesen. Ich habe sogar mehrere Nachrichten gekriegt. Ihr könnt die Nachricht übrigens auch in der Rezession zu dieser Abgasanlage finden. Da müsst ihr halt lange suchen. Passt auf. Als erstes, Reklamation bearbeitet. Erste E-Mail. Ich habe natürlich eine E-Mail gekriegt zu meiner Reklamation, weil das Teil passt einfach nicht. Ihr kauft etwas für euer Fahrzeug und das passt nicht. Was macht ihr dann? Ja gut, okay. Wann findet ihr das raus nach dem Einbauen, ne? Okay. Hallo, hallo Daniel. Ihr Auftrag ist bei uns eingegangen. Bla, bla, bla. Haben Sie noch Fragen? Wir bemühen uns schnell, das alles zu bearbeiten. Lieferungen, bitte Service und Widerruf sich anschauen. Brauche ich mich nicht anschauen, weil da habe ich nämlich auch schon eine E-Mail, eine zweite E-Mail direkt danach gekriegt. Da ist das alles schon drin. Wir bestätigen, dass folgender Artikel zurückgesendet werden will. Sie können auf Ihre Kosten an unser Lager zurücksenden. Bitte beachten Sie folgende Vorgaben. Ich lache mich schlapp, Leute. Legen Sie einen Artikel in einen separaten Karton. Ja natürlich, der Lieferant will nicht wissen, nicht Lieferant, sondern alle anderen sollen nicht sehen, dass der Lieferant eine Retour kriegt. So sehe ich das, ne? In einen separaten Karton. Ja klar, ich habe natürlich, die liegen bei mir überall in der Ecke, so ein Meter Kartons, wo ich so riesen Schachteln einpacken kann. Dann achten Sie da drauf, dass der Artikel vor Beschädigung geschützt ist. Füllen Sie den Karton gegebenenfalls mit Pappe oder Verpackungsmaterial aus. Kein Problem, kann man machen. Steine rein, Bierdosen, ist egal, ne? Dann stellen Sie sicher, dass der Karton sicher verschlossen und zugeklebt ist, bevor Sie ihn verpackt senden. Ja, also erstmal, ich habe keine XXL-Umverpackung. Und warum soll ich ein Teil, was mir falsch angeboten wurde, auf meine Kosten zurückschicken? Ich habe doch keinen Fehler gemacht. Ich habe genau geguckt, das passt für mein Fahrzeug. Dritte E-Mail. Warte, dritte E-Mail, das ist auch ganz witzig. Das ist zur Rezession. Nun, meine Rezession, der Auspuff passt auf keinen Fall in das angegebene Fahrzeug. Mehraufwand gebraucht. Ich habe ungefähr zwei Stunden gebraucht, um den alten wieder dran zu bauen. Und weil ich ihn natürlich, den alten, den musste ich kaputt machen, zerstören. Das Flexrohr auseinander nehmen. Beziehungsweise es ist auseinander gebrochen, als ich den rausgenommen habe. Und ich bin total verärgert. Und das neue Abgasrohr stößt gegen den Aggregateträger. Lieber Kunde, vielen Dank für Ihre Meldung. Ja, du kannst den Artikel an uns zurücksenden. Wir haben nötige Anweisungen per E-Mail gesendet. Ja, ja, die habe ich gerade gesehen. Umverpackung, auf meine Kosten zurückschicken. Und, ey, logischerweise habe ich den Auspuff schon eingebaut. Hallo? Bla, 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 senden Sie uns Ihre Fahrgestellnummer zu. Wieso Fahrgestellnummer? Ich habe das Teil doch so gekauft, wie ich es gekauft habe. Wieso fragt ihr mich nicht vorher nach der Fahrgestellnummer? Hier. Nix da, Leute, nix da. Wisst ihr, spart euch das. Neuen Auspuff habe ich schon da, den bauen wir jetzt erstmal ein. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe Unterverstoßen, ich habe gemacht, das hier so ein bisschen. Ich habe es natürlich angepunktet, aber meine Frau, meine Frau, die fährt das Auto, ne? Und die sagt natürlich, das Ding, das hört sich echt schon brutal an. Denn die Schweißpunkte, habt ihr schon mal versucht, ein Flexfrau zu schweißen? Ja, ich will es jetzt nicht komplett kaputt machen. Ich hoffe, der neue Auspuff passt. Ich bin mir da nämlich nicht ganz so sicher. So, jetzt nur noch das Auspuffgummi abhängen. Dafür braucht man den Auspuff noch nicht mal ausbauen. Geht eigentlich so. Ich muss nur ein bisschen Werkzeug holen, nur ein bisschen rumhebeln. So, das war jetzt hier so ein... Eine Minute, Terry, für den Schraubendreher. Ah, Junge, komm da raus. Ich bin schon sauer genug. Und jetzt, ne? Bin ich gespannt. Den Flitzebogen. Und des Weiteren kann mir einer sagen, wieso ich den Auspuff rausgekriegt habe vorher. Und jetzt nicht mehr. Also, ihr seht, Leute, ich bin so richtig schön geladen, was die ganze Geschichte angeht. Also, das ist hier, also unter aller Sau, diese Vorgehensweise. Ich kenne nämlich Lieferanten, bei denen ihr etwas kauft und wenn es nicht passt, dann wird nicht gefragt, oh, schick mir eine Fahrgestellnummer, mach mal dies, mach mal einen Handstand und kannst auch einen Salto rückwärts und sowas. Nein, da sagt man einfach, hey, da sagt man normalerweise, sehr geehrter Kunde, tut mir leid, dass der Artikel nicht passt. Ich habe mir die größte Mühe gegeben, das so zu machen, dass es passend ist, aber hin und wieder kann es Probleme geben. Ein ganz einfaches Beispiel, Leute. Kaufen mal bei Schrauber ein. Bei mir im Webshop, an dieser Stelle ein bisschen Werbung, Leute. Kaufen mal ein bisschen. Also, in der Regel passen die Teile. Wenn sie aber mal nicht passen, dann kriegt ihr die schönste Entschuldigung und natürlich 100% Kulanz. Ey, Leute, das ist keine Frage. Das ist keine Frage. Ich meine, da braucht man sich keinen Kopf drüber machen. Die wissen, dass das Teil nicht passt. Die wissen das. Natürlich wissen sie das. Dass es für dieses Modell nicht passt oder dass es generell nicht passt. Ich bin noch nicht der einzige Idiot, der einen Auspuff einbaut und der an den Aggregateträger anschließt. Ich bin noch nicht bescheuert. Wisst ihr das? Und die versuchen so zu tun. Ja, nee. Hm, Frage, ich stelle nur mal ein Baufehler. Hier. Ha. Verkackten Auspuff zurücksenden, ey. Ja, hätten die gerne. Zum Glück ist der Teilemarkt heute so, dass die Preise erschwinglich sind. Und wenn ich mir das hoch und runter rechne, selber versenden. Und dann die Gefahr, ich habe den natürlich eingebaut gehabt, dass ich dann keine Kohle zurückkriege. Ja, ey, Leute. Was soll ich da sagen? Was soll ich da sagen? Was soll ich da machen? Ist für mich eigentlich eine ganz klare Geschichte. So, jetzt passt der hier. Ach doch, passt am Flansch, alles klar. Ich dachte ja jetzt schon, dass der nicht am Flansch passt. Ich habe ausgerastet, wenn das nicht passen würde. Aber den darf ich hier vorne erstmal nicht ansetzen. Denn ich muss erstmal die Halterung reinmachen. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal, wie man die Halterung reinmacht. Und warum zeige ich euch das? Ja, weil ich gerade die Kamera am Laufen habe. Bevor ihr den vorne ansetzt, müsst ihr hier das Teil irgendwie, ja irgendwie, ne. Da, da, hier so in diese zwei Löcher, diesen Ausruf da irgendwie reinmachen. Verdammt nochmal. Das ist echt nicht easy. Ja, das ist jetzt so, das macht mich so ein bisschen schwach. Also, ganz, ganz schlaue. Die bauen, natürlich, ey, es sind nur zwei 13er Schrauben, ne. Zwei 13er Schrauben, die, komm, wir machen das Ding jetzt ab, bevor ich hier alles verbiege. Und ich habe schon viele Rückfragen gekriegt. Mensch, Daniel, hast du, hast du eine neue Location? Nein, habe ich nicht. Mein Audi steht zerlegt bei mir, weil ich dann nämlich auch ein Video mache, Projekte und so. Zerlegt, ich musste mich natürlich wieder einmieten. Deshalb bin ich doppelt und dreifach sauer. Und das kriegen wir jetzt auch noch hin, hier, diesen Halter abbauen. Und da wird hier einfach so, einfach reingedrückt. Das geht eigentlich recht easy. Nur wegen dieser komischen Krümmung am Aggregateträger passt das Ganze nicht. Und ich will hoffen, dass der ganze andere Rest jetzt passt. Denn wenn das nicht passt, dann habe ich gleich aber echt Fußschmerzen, wenn ich nämlich anfange, gegen Abgasanlagen zu treten und Kartons klein zu trampeln. Und ich dabei erfreue, wie das alles da richtig kaputt geht. So, ja, das passt aber so. Jetzt ist das angesetzt, jetzt können wir vorne den Abgasanlagen mal dran machen. Ich befestige das mal eben ohne Video, das könnt ihr ja schon, ne? So, Leute, kurz vor Abschluss. Und warum bin ich kurz vor Abschluss? Ja, der Auspuff passt einfach, ne? Und ich weiß eins, wenn der nicht gepasst hätte, ich weiß, dass ich bei diesem Lieferanten, will er jetzt keine Werbung für irgendjemand machen. Mach ich auch nicht. Es gibt Webshops, da schreibt sie, pass auf, sorry, das passt nicht. Da sagen sie dir, auch, tut uns leid. Und hier haben sie einen Rücksenderschein, die fragen nicht. Die sagen nicht, ja, senden sie uns das Geld zurück. Die senden dir sofort einen Rücksenderschein und sagen hier, Rücksenderschein, da kann das zurückgehen, fertig. Und dann ist gut, ne? Das Einzige, was ich jetzt hier machen musste, ist eine Schraube und Mutter holen. Denn in dieser Abgasanlage, zeige ich euch sofort, sind nämlich nur Löcher zum Festschrauben. Während in der originalen Abgasanlage hier so Bolzen reingedrückt sind. Ich habe das jetzt hier versucht rauszuhämmern, ging aber nicht. Und ja, gut, ey. Neue Schrauben, ne? Wer so ein bisschen schraubt und bastelt und macht, der hat hier so ein bisschen Befestigungsmaterial da. Und wer natürlich günstigen Zubehör kauft, dann hat er auch sowas hier. Ne, das ist hier so ein bisschen auf Spannung. Ja, was heißt so ein bisschen? Sieht schon so ein bisschen viel nach Spannung aus. Aber ey, Leute, was soll der 15-jährige Golf jetzt noch sagen? Wenn das so ein bisschen krumm ist, ja ey, dann muss man das halt so ein bisschen anpassen, ne? Ich meine, wir können ja auch hergehen und uns diesen Auspuff für, ich sag mal, keine Ahnung, 450 Euro oder so kaufen. Ja, das geht auch. Diesen Ärger hätte ich mir gerne gespart, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir nur das Flexroy gekauft. Und dann hätte ich das Flexroy einfach abgeschnitten, dran geschweißt, wäre gut. Ja. Jetzt habe ich es erstmal schon mal hier liegen. Ja, ist super. So, abgebockt, festgeschraubt. Ist ein bisschen auf Spannung, aber damit bin ich völlig einverstanden, weil ich habe schon mehrere so Auspuffe eingebaut. Und deshalb ist das okay. Jetzt starten wir mal das erste Mal. Ach, Kupplung drücken. Hört ihr die Resonanz? Wisst ihr, was das Witzige ist? Wir haben das Auto neu gekauft im Werk, ne? Schon, als wir vom Werk rausgefahren sind, war genau die gleiche Resonanz. Also, ja, das hat einfach der, der super, super duper schnelle Motor mit 1,4 Liter, 16 Ventile, 80 PS Ansicht, dass er halt so eine Resonanz macht. Ist gut. Ist aber nicht mehr, da hat er richtig geblasen. Meine Frau, die, die sagt, er geht nicht. Ja, ich, ja, die sagt, natürlich geht das nicht, ne? Aber, wenn du halt Schrott geliefert kriegst, dann musst du halt notdürftig so, ja, ist das halt notdürftig und das ist halt so, ne? Ja, Leute, das war es in diesem Video. Was ich euch halt nicht damit sagen wollte, nicht einfach nur Abgasrohr fertig machen. Also, eigentlich war der Sinn, so wechseln wir ein Abgasrohr, was ist bei mir kaputt und so, ne? Aber dann kam es ja dazu, dass ich ja hier Schrott geliefert bekomme, ne? Und dann wird das auch noch, ja, nicht glaubhaft, würde ich jetzt nicht sagen, dass sie gesagt haben, die glauben mir nicht. Die glauben mir bestimmt. Die wissen das auch, 100 pro. Aber, aber das dann, diese Reaktion, ich bin immer noch stinksauer und ich werde gucken, dass ich da, äh, möglichst wenig einkaufe. Und wo ich euch warnen, äh, vor warnen will, ist vielleicht, äh, ja, schaut, wo ihr einkauft, was ihr einkauft, ne? Weil es gibt Läden, die sind einfach kulant und es gibt welche, die wollen die Zeit hinaus zögern und dann kommen sie mit, mit schicken sie Fahrgestellnummer und wehe, da sind Einbauspuren dran und so ein Zeugs, ne? Geht mir weg, geht mir weg. Ich bin immer noch sauer, ich kriege Gänsehaut, ich kriege Gänsehaut, als ich das gelesen habe, weil das kenne ich echt nicht. Ja, Leute, entspannen, runterkommen, bald ist Wochenende. Ich wünsche euch einen schönen Abend und würde sagen, wir sehen uns demnächst auf YouTube, Leute. Tschüss, euer Schrauber.